Hallo zusammen, ich bin's der Drilon, mache eine Lehre als Automobilfachmann fachrichtige Personenwagen. In diesem Lehrberuf macht man viele Servicearbeiten, dazu gehören Ölwassel, alle Filterwassel und weiteres mehr. Das Schöne an diesem Lehrberuf ist, dass man mit verschiedenen Autos arbeitet und lernt, diese Autos zu verstehen, wie sie funktionieren. Das Schwierige in diesem Lehrberuf ist sicher, in stressigen Situationen schnell und sauber zu arbeiten zu können, wie zum Beispiel in der Radsaison, in der wir die Reden wechseln. In diesem Lehrberuf sollte man sicher handwerkliches Geschick mitnehmen, Interessen an den Autos zeigen und im Team zusammen arbeiten können. Wieso man in der Emil Freya AG in Münchenstein arbeiten sollte, ist, man hat Autos, die man in einer anderen Garage vielleicht eher selten sieht, Man hat ein grosses Team, wo man sich super versteht und nachdem auch mal lustig werden kann. Das ist das Wiesenskönig, das ist das Wiesenskönig. Das ist das Wiesenskönig. Amen.